Musik Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde, und jedermann ging, dass er sich schätzen liesse, ein jeder in seine Stadt. Musik Die ganz damalig bekannte Welt musste sich schätzen lassen. Es ging also um das Gewicht, wie reich jemand ist. Spannend ist auch, dass es jeden betroffen hat. Jeder musste sich weglassen. Es war nicht so auch heute und in allen Zeiten. Wie wird doch gewogen? Talente, das Einkommen, die Geschicklichkeit, die Schönheit usw. Und mit dem gegenüber steht das Kind, das in dieser Krippe geboren ist. Es hat nichts. Es kann nichts vorweisen. Es ist nichts vermögend, hat man das Gefühl. Und trotzdem ist es der Herr von allen Herren. Und wenn wir uns zu ihm zählen, sind wir irgendwie auch von dem Wegen und Gewogen werden ausgenommen. Ist das nicht eine super schöne Botschaft? Und er hat euch geschaffen, bis zum nächsten Mal. Und wir haben uns und unsere Krippe.